Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei dem Elden Ring. Yes, yes, yo. So, wir haben es bis hierher geschafft mit unserer ständig rotierenden Kamera. Da drin ist eine Verrückte, die will Teil von einer Spinne sein. Geht denn das Seine? No Judgment an dieser Stelle. Wenn du auch Teil der Spinne sein willst, dann lass mir gerne ein Däumchen nach oben. Denn ich bin ja auch ein Spinner. Quasi. Und das ist ja nah dran. So. Da ist auch nochmal so eine Riese. Wir wollten eine Stufe aufsteigen. Erinnere ich mich gerade. Was können wir eigentlich machen? Ich glaube, da fehlt nur ein bisschen was. Und wir haben ja so goldene Runensteine bekommen. Achso, scheiße. Die können wir nicht am Feuer machen. Feuer, sage ich schon. Am Ort der Gnade ist natürlich kein Bonfire, Freunde. Würde mich mal interessieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, was fandet ihr interessanter? So dieses Bonfire oder so, wie es jetzt ist? 200 bringt uns das. Ich glaube, das ist schon genug dann. Ich fand optisch, fand ich so ein Bonfire halt interessanter. Ey Leute, wir können übelst oft aufsteigen. Lass doch mal alles nehmen. Auswahl nutzen. 3600 hat uns das gebracht. What? Noch nochmal 5. Das sind nochmal 2.000. Das sind 800. Nice. Und jetzt die größte Rune, die wir haben. 1600. Alter, wir haben fast 10.000. Nice. Wollen wir was im Leben reinmachen? Oder wollen wir erst noch warten? Ihr wisst, wie ich ticke, Freunde. Konditionen und Geschick, das war immer das, was wir hoch gebasht haben. Und sobald wir merken, oh shit, oh shit, wir kriegen richtig hart auf die Fresse und wir halten gar nichts mehr aus, dann war es immer der Punkt, wo wir gesagt haben, alles klar. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen Leben hinterherziehen. Mitte des Kriegsmeisters. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir folgen dem Weg hier mal. Übrigens, wo wir in diesem... Oh Gott, was ist das? Ich... Oh Gott, was ist das? Oh Gott, was ist das? O Gott, was ist das? Oh Gott, was ist das? das wird sich ruhig ein bisschen wehren können ich glaube wir haben gerade ein schild bekommen von denen ein messing schild stärke 16 bräuchten wir dafür das ist aber nice das sind allem besser okay ich mache das fertig dass hier so ein so ein sturm ist die ganze zeit im sturm tal sturm wiesenthal wiesen sturm wie auch immer das hier heißt es betrügt mich die fackel können wir nicht hier an machen freunde ich sehe gar nichts da hängt ein batman von der decke gut kommen die machen wir weg oder die kriegen wir doch platt freunde das wäre doch gelacht zeig mir was du kannst habt ihr das gesehen freunde da vorne der hock zum typ alter und der sieht aus als wäre der übelsten ist ein freund von uns ist ein freund von uns hier schildern ich kann sie leid 點 man ein Fingres, bitte, deine Fingres. Oh, bless you. Head to the Foundation of Gold Tarnished. Traverse Rhea Lucaria. Glint Stone Eventide. And reunite the half-crescents at the Grand Lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only... Why should that matter? Stormveil Castle still stands tall? What? You, please, you'll think. Head to the Traverse and reunite. Oh, please, Stormveil Castle. Okay. Handbuch des nomadischen Kriegers. membranes. I should know. Come on. witches carbone. Come on. What the hell am I watching? What the hell am I watching? It's so funny. ok Freunde, ich bekomme ganz harte Du solltest absolut nicht hier sein Vibes Also noch über die normalen Du solltest nicht hier sein Vibes drüber Das ist schon fast mehr so ein Was zum Fick machst du hier Vibes Du bist vom Weg abgekommen Scheiße Irgendwas habe ich gerade gehört Freunde, Alter Wo sind wir nun wieder Egal wo wir hinkommen Sobald wir So ein Rufteil haben Können wir ja wieder zurück Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Einfach weiter Einfach weiter Alles gut Alles ist gut Nice Alter Schwede Wo sind Bier Okay Okay Detergene Detergene If the Elden Ring Would truly have you If you had the metal To endure this long And arduous path It seems my worries Were unfounded Torrent Had your measure From the very start Whereas I merely pretended There is but one other thing I can do to offer you guidance I can take you to the round table hold Gathering place Of tarnished champions Guided By grace What? Very well Let my hand rest upon you For but a moment Pass mich an Ähm What? In der Tafelrundfeste Verma- Nochmal In der Tafelrundfeste Versammeln sich Befleckte Die der führenden Hand Der Gnade folgen Ein uralter Friedenspakt Untersagt sämtliche Kämpfe An diesem Ort Das Symbol der Tafelrundfeste Zeigt, dass dieser Frieden Noch hält Die Tafelrundfeste Befindet sich außerhalb Dieser Welt Sie kann nur durch Schnellreisen über Orte der Gnade Erreicht werden Nutzt dafür die Karte What? What the fuck? Oh I see you've just arrived Welcome to the roundtable hold I'm Corrin A man of the cloth I teach incantations The strength granted us By the two fingers And explore the secrets Of the golden order So that one day If a tarnished Of the roundtable hold Should become Elden lord I might counsel them Ensuring order Regains its proper form Writing rule Over men By the way Do you still see it? The guidance of grace I see alles You do Wonderful news Most tarnished Are blind to it These days You are something Of a rare breed Well What do you say Care to learn An incantation Of the two fingers What? Dringende Heilung Oh Oh Geht in Flammen auf Okay nice May the golden order shine through you Okay also das ist wie der Wie der Nexus Ich weiß gar nicht mehr wie die Teile In den äh Anderen Dark Souls Teilen hießen Aber in Teil 3 War das ja auch so ein So ein runder Punkt Wo wir dann die ähm Die Bossseelen Äh hingebracht haben Ah Hello You must be new here Ich bin neu Well Just call me Dialos The honor of one's house Holds little import in these lands By the way Have you met a young woman Named Lanya on your travels She's my servant But fickle as the wind Take your eyes off For but a moment And she's good as gone If you find her Please be sure to tell me Be sure to tell me If you meet a young woman Named Lanya She's a servant to my house She's been my companion Since just I've lost count of the number of times I've had to find her like this Honestly She's such a little tomboy Be sure to tell me She's a servant to my house She's been my companion I've lost count of them Okay Ich dachte vielleicht haben wir die schon gefunden Können wir gar nicht mehr merken Wenn wir Ah hier die Spinnenhalte Greetings Nice to see you again My name is Roderika I should have told you sooner Isn't this place impressive though The round table hold Covert quarters of the two fingers And gathering place of champions Who vowed to become elder lord I never knew the guidance bestowed upon us tarnished Had such fantastic roots Although It's all a bit much for me In truth I'm still looking for my own purpose What? It's all a bit much for me In truth I'm still looking for my own purpose Ja du wolltest doch so eine Spinnenhalte werden oder? Dude Du siehst ja krank aus alter Können wir den Helm bekommen? Oh this is a rare occasion I can't remember the last time A new tarnished Made their way to the round table Very well As your senior I bid you welcome It is safe here You may let down your guard Allow me a word of advice As your senior You are a mere visitor to the round table Nothing more A house guest Yet to earn their keep Remember your place Newcomer Dude Alter erstmal disst der uns There's nothing left to say Be at your leisure There's nothing left Okay Tür ist blockiert Alright Freunde Ich denke mal nach und nach Können wir hier wahrscheinlich Sachen freischalten Da gehen wir gleich lang Erstmal gehen wir hier Okay Das sieht wieder alles sehr einladend aus Da hat man doch direkt Bock einfach Äh hier zu wohnen Dude ein Schmied Nice Was Spiegelständer benutzen Charakter anpassen Okay Nope Okay da sitzt einer auf dem Bett Erstmal hier bei ihm Let's get smithin Let's get smithin Über Roderica reden Mhm The girl you bought here She's crestfallen And can scarcely swing a blade But she has a gift For spirit tuning I saw another one like her long ago Their eyes share the same hue I see I see you've noticed the chains Nothing special I'm a prisoner And these are my chains I'm trapped by the hold Undying smithing for you fools That's all there is to it What? No Don't read too much into it I have no grudge against you My being a prisoner is no fault of yours Besides I don't mind smithing Despite my differences The weapons get stronger all the same Given time Technique never fails Besides it helps me forget The sheer terror of her Kriegsasche du bist Belohnet Kriegsasche Alles Was? Ich weiß nicht ob ich das Schwert des Getreuen wirklich weiter verbessern will Wir können aber hier zum Beispiel Spaltexte können wir verkaufen mal Okay Okay Roderika Sie ist also anscheinend irgendwie so ein Medium oder sowas Da geht's nicht lang Und schauen wir mal hier nach unten Solange keiner Solange keiner schreit und sagt Nein Nicht dort rein Solange denke ich sind wir Okay. Zeichenbolzen. Die Frage ist halt, ob sich das überhaupt lohnt. Wie viele so eine... Gibt's genügend? Wo finde ich denn die? Hier. Einen haben wir noch. Ich meine, wir können ja welche kaufen. Wir haben ja schon gesehen, dass wir an manchen Stellen welche kaufen konnten. Okay, bevor wir das machen... Ich muss erst mal gucken, gibt's denn hier genügend, weißt du? Das weiß ich nicht. So, hier sind wir lang. Wie gesagt, da ist noch eine auf dem Bett, aber bei Frauen, die auf dem Bett alleine rumsitzen, da bin ich immer ganz vorsichtig. Oh, hi. Hm. Er hat gar keinen Bock, mit uns zu reden. What the fuck? Eine Klangperle anbieten? Wer hat bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune? Er bittet bei Invasion die Hilfe eines Jägers, antwortet auf einen Hilferuf. Hier sind drei... Erhöht die Anzahl an Speicherplätzen. What? Krummsäbel. Das Rapia. Skaliert zum Beispiel auf Geschick. Die Ritterrüstung. Was ist das hier? Nehmt Gestalt als Gast an. Nehmt Gestalt als Wirt der Finger an. What? Fingersiegel. Heiliges Siegel. What? Das ist so doof, ne? Dass man das immer noch nicht... Aber es ist halt Dark Souls. Also... Ich... Ja, ich nenne es immer noch die Souls Games. Ihr wisst, was ich meine. So, hier ging es nicht raus, ne? Nope. Okay. Die Frage ist halt, wie wir hier generell rauskommen, ne? Und wer bist du? Oh. Greetings, great champion called by Grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the roundtable hold. Great champion. Would you allow me to hold you? But briefly. Perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a bulderkins blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Vielleicht könnt ihr eure Lebenskraft mit mir teilen? Oh. My thanks. Great champion. What the fuck? Segen ist für Moments. What you felt light up inside you was a buldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. Should you require another? I will take you in my arms. As often as you need. Haben wir einen Debuff bekommen? Okay. Let's go. Okay. Dude, wir haben oben irgendeinen Debuff Aber auf was? Ey, das macht mich so fertig, wenn ich nicht weiß, was das für vorhandene Geister Wir haben definitiv irgendeinen Dieber vorne Weiß nicht, ob das eine gute Idee war Wie kommen wir jetzt hier weg? Achso, wir können uns einfach Rausporten, ne? Oh, bis da hinten sind wir Die alte Fingerleserin, ja, hier sind wir lang Nice Ich würde jetzt gerne in die Küstenhöhle einmal reingucken Nur um zu sehen, ob wir recht haben, dass Oh, которых�로 Weiß Oh, was headquarters Die Nähnadel überreichen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was hat dich gemacht? Meine Mutter war eine Siemstress. Und das Kiefer-Kick war alles, was ich immer wieder daran erinnern wollte. Ich wollte immer nur wie meine Mutter, liebe Mutter. Dann glaube ich... Ich kann nur auf und sterben, kann ich? Nein! Danke. Du bist sehr nett. Ich wollte immer eine Siemstress, wie meine Mutter. Dann glaube ich... Ich kann nur auf und sterben, kann ich? Freunde, Alter. Ich muss unbedingt rausfinden, was diese Buffs da oben... Wie man sich das anzeigen lassen kann. Ich hab keine Ahnung, ob man... Äh... Ob man sich überhaupt irgendwo anzeigen lassen kann, was für Buffs und Debuffs man hat. Ähm... Wie es hier weitergeht, siehst du in der nächsten Folge von Elden Ring. Ich hoffe, der killt. Ich glaube, wir sind nicht gestorben in dieser Folge. Keine Ahnung. Ähm... Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Freue ich mich sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Gehab dich wohl. neverreoe. Ja, vielleicht gerade jede Mengeury.